Sich wohlfühlen beim Zahnarzt? Beim Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Dr. Meddent Matthias Riemann sind Sie in guten Händen. Wir behandeln Fehlstellungen von Kiefern und Zähnen nach den neuesten Methoden bei Erwachsenen und Kindern. Unsere jungen Patienten liegen uns besonders am Herzen. Mit Geduld und der nötigen Behutsamkeit gehen wir auf ihre Bedürfnisse ein. Als erfahrener Familienvater weiß Dr. Riemann, worauf es ankommt. Am nachhaltigsten sind Korrekturen im Kindesalter. Fehlstellungen können jedoch in jedem Alter korrigiert werden. Mit einem gesunden Lächeln durchs Leben. Ihr Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Dr. Meddent Matthias Riemann